Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen und es gibt natürlich auch heute wieder ein Daily, heute war Cast angesagt, der A-List war mal wieder mit am Start, das war wunderbar, jetzt gerade habe ich noch One on Main geguckt und auf dem zweiten Stream läuft jetzt gerade noch so ein bisschen der Spahnmeister, nebenbei habe ich die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen geguckt, okay, alte Videos runterladen bzw. weiterleiten zu YouTube, damit die da hochgeladen sind, das ist natürlich ein Part, den man immer so nebenbei macht, wenn man vielleicht einen anderen Stream guckt oder so, dann macht man das halt. Und heute habe ich auch mal so ein bisschen noch für Handball vorbereitet, denn am Sonntag steht wieder das nächste Spiel bzw. die nächsten beiden Spiele sogar, denn unsere Damen und unsere Herren spielen direkt nacheinander, deswegen machen wir direkt beide Spiele, wenn ich schon mal den ganzen Kram in die Halle kann und deswegen habe ich so ein bisschen so Highlight-Szenen für Reels oder TikToks oder wie auch immer man das denn verwendet zusammen gebastelt und das ist ja, weiß ich mal, ich komme so langsam komme ich rein. Es wirkt wahrscheinlich, wenn man es denn sieht, ihr könnt euch das gerne auf dem Instagram-Account oder auch auf meinem ganz neuen TikTok-Account gerne mal anschauen, aber es wird natürlich am Anfang so ein bisschen noch hier und da so ein bisschen holprig sein, das merke ich auch selber, aber ich glaube so nach und nach, je mehr man das macht, kommt man so ein bisschen mehr rein und das ist ganz nice. Und ich habe auch schon einen real TikTok, was auch immer mit Starcraft gemacht, das heißt, der wird auch in den nächsten Tagen irgendwann kommen. Also würde ich mal sagen, wenn gute Clips gemacht werden, ist es durchaus wahrscheinlich, dass ich da so einmal in der Woche zumindest die Clips durchgucke und dann auch da ein bisschen was auf den Social Medias teile. Also wenn ihr geile Plays macht, wenn Caster lustige Sprüche machen oder was weiß ich was, dann gerne mal kurz klippen, vielleicht auch kurz Bescheid sagen, dass da was ganz Geiles dabei ist, dann kann ich das gut verwenden und dann generiert das vielleicht ein bisschen mehr Reichweite, was im Long Run vielleicht auch einfach ein paar Leute anzieht und dementsprechend das Ganze auch für Sponsoren interessanter macht. Darüber dann natürlich wieder die Liga an sich ein bisschen mehr Geld hat und vielleicht für andere Spieler noch wieder interessant wird und 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 auch die Caster eben ein bisschen was davon profitieren, dass sich das so nach und nach so ein bisschen, ja, nehmen wir es hochschaukelt, das wäre halt schon ganz nice. Und ja, das war so das, was ich heute gemacht habe. Morgen steht für mich an Carsten einerseits, sobald FanRack fertig ist, werde ich auch loslegen und danach ist dann für mich noch ein bisschen E-Sport-Verein-Kram machen, denn ich gehe noch einmal zum Schriftfahrt rüber, ein bisschen was abgleichen und so weiter, was die Daten angeht. Und abends ist der nächste Test mit dieser KI-Kamera angesagt. Morgen Abend spielen unsere Frauen hier quasi um die Ecke, halbe Stunde, das heißt, da fahre ich dann eben hin, Heimverein hat auch schon zugestimmt und gesagt, yo, kannst du gerne testen, gar kein Problem. Kabeltrommel habe ich Bescheid gesagt, dass die mitgebracht werden soll, weil ich noch keine eigene habe. Das muss ich noch auf meine Wunschliste für mich selber schreiben. Kabeltrommel für Handball irgendwann, dass ich meine eigene habe und immer rumfahren kann und nicht immer auf andere angewiesen bin. Und ja, dann wird morgen Abend das geguckt und dann ist auch schon Mittwoch, aber morgen Abend hört ihr von mir. Also jetzt ist mal auch ein schöner Abend, eine gute Nacht, kommt gut in den Dienstag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. "- Bis zum nächsten Mal.